Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen in einem neuen Video und zwar in dem Video, in dem ihr richtig viel gewinnen könnt. Und wie ihr das ganze gewinnen konntet, das erkläre ich euch jetzt. Ja, meine lieben Freunde, ich möchte natürlich auch euch mal was zurückgeben und zwar für den ganzen Support, den ihr immer raushaut auf Twitch oder auf YouTube oder auf den Social Media Seiten, wenn ihr mir da folgt, da unterwegs seid und ja, dann wollte ich einfach auch ein bisschen was zurückgeben. Auf Twitch gibt es ja immer mal wieder Gewinnspiele, auf YouTube eher weniger, aber YouTube ist in letzter Zeit sehr gut gewachsen. Ja, wir machen auch immer sehr, sehr lange Videos. Grüße gehen auf jeden Fall an alle raus, die sich diese langen Videos auf jeden Fall reinziehen, die da Bock da drauf haben. Man muss sagen, ich bin ja einer, der sehr, sehr lange Videos macht. Es gibt die meisten Videos, würde ich eher sagen, so 10 bis 15 Minuten. Da ist so die Aufmerksamkeitsspanne der meisten Zuschauer auf YouTube und dementsprechend machen die Creator auch ihre Videos lang. Meine sind schon sehr, sehr lange geraten und ich finde es aber, es passt eigentlich ganz gut. Ich hatte auch schon mal eine Umfrage dazu gestartet, wie ihr das denn so findet, ob ihr lieber kürzere Videos haben wollt, ob ihr die Videos lieber aufgeteilt haben wollt. Und den meisten gefällt es einfach, dass es lange Videos sind. Von daher passt das sowieso eigentlich ganz gut in die Art, wie ich das filme und die dann für euch dann raushauen bei den ganzen Videos. Ja, kommen wir mal zu dem Gewinnspiel, was ich jetzt hier gesagt habe. Und zwar gibt es in diesem Video hier kein Gewinnspiel. Das Gewinnspiel ist nämlich schon gelaufen. Ja, ihr habt richtig gehört. Vorbei. Ja, die meisten schalten jetzt schon wieder ab und denken sich, was für ein 31er, lockt der uns hierher mit Gewinnspiel. Und dann gibt es keins. Doch, es gab eins. Aber das habt ihr nicht mit mir gekriegt. Zumindest nicht die, die die Videos nicht gucken. Zumindest nicht ganz gucken. Nämlich in dem Video, was macht Cosmo denn da schon wieder, habe ich nämlich ein kleines, man könnte sagen Easter Egg verpackt. Und zwar ein Gewinnspiel. Das ist relativ gegen Ende gewesen. Ich weiß es nicht. Schlagt mich tot. Minute 42. Der Vlog geht ein paar und 40 Minuten, 46 Minuten oder so. Also relativ gegen Ende. Hier gibt es einen kurzen Abschnitt, wo ich einmal das Gewinnspiel erkläre. Und zwar 3x 50 Euro Amazon Gutschein, die ich einfach für euch raushaure. Und zwar nicht nur für euch, die einfach hier dabei sind, um an Gewinnspielen teilzunehmen. Also nochmal, macht es gut an alle, die jetzt gerade eingeschaltet haben, weil sie dachten, hier gibt es was zu gewinnen. Ist schon vorbei. Ja, und da konnte im Prinzip jeder dran teilnehmen. Den meisten wird es nicht aufgefallen sein, die die Videos nicht komplett gucken, weil man musste, um daran teilzunehmen, einfach nur einen Kommentar schreiben. Das Böse aber dabei war, was der böse, böse Olaf sich überlegt hat. Und zwar, dass in dem Kommentar, um daran teilzunehmen, dürft ihr nichts darüber schreiben, dass es ein Gewinnspiel gibt. Somit konnten nur Leute das wissen, die auch die Videos komplett gucken. Und genau für die Leute ist nämlich auch das Gewinnspiel. So, das Gewinnspiel ist aber auch jetzt schon wieder mittlerweile vorbei. Also, die Gewinner wurden schon gezogen, das heißt, jetzt nicht nach hinein schnell, Bruder, schnell noch kommentieren. Gewinnspiel ist jetzt vorbei, ich habe natürlich das vor dieser Aufnahme gemacht, die Gewinner gezogen. Und es gibt auch drei Gewinner, jetzt schiele ich hier einmal an der Kamera vorbei. Und zwar hat gewonnen der Aeon, oder Eon, weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Dann der Dirk Lanzerath. Und dann hat noch der Berliner Hai gewonnen. So, die drei sind Gewinner. Ich habe euch auch schon auf eure Kommentare kommentiert, geantwortet. Ihr müsst mir noch einmal bitte eure E-Mail-Adresse da reinschreiben oder eine E-Mail-Adresse, auf die ich den Gutschein schicken soll. Also, Kurs geht raus. Danke für euren Support. Danke, dass ihr immer dabei seid. Und an alle anderen, wenn ihr es nicht mitbekommen habt, müsst ihr die Vlogs komplett gucken. Ich weiß, war böse, ich weiß. Aber, meine lieben Freunde, natürlich nur für diejenigen sollen auch was zurückkriegen, die auch wirklich da sind zum Supporten. Ansonsten würde ich sagen, Vlog kommt ein bisschen später diese Woche. Ich habe jetzt erst dieses Video noch gemacht. Wir sind aktuell in Königstetten auf der Kerb. Von daher nicht so viel Zeit. Aber Vlog kommt auf jeden Fall. Ich denke dafür dann am Donnerstag. Kurs geht raus. Wir riechen uns. Viel Spaß bei meinem Vlog. Und abonniert den Kanal nicht vergessen. Und alle Videos gucken. Immer bis zum Ende. Kuss.